Kickback ist sehr gefährlich. In der Winterzeit dröhnen in vielen Gärten die Kettensägen. Nicht ohne Grund, denn in wenigen Wochen beginnen die Vögel ihren Lester zu bauen, und die Brotzeit beginnt, erklärt Peter Birkholz, Ratgeberautor der Stiftung Warentest in Berlin. Ab dem 1. März nämlich dürfen keine Baumfällungen und Rückschnitte mehr erfolgen. Wer die Kettensägen nach langer Pause aus dem Keller holt, sollte seine Sicherheitsmaßnahmen nochmal extra bedenken. Kettensägen sind neben den Tränschleifern die gefährlichsten Elektrowerkzeuge überhaupt, betont Birkholz. Unfälle mit diesen Geräten haben oft verheerende Folgen. Durch Unachtsamkeit können in Sekundenschnelle Glieder abgetrennt werden, sogar tödliche Unfälle kommen vor. Am gefährlichsten bei einer Kettensäge ist die Gefahr des Rückschlags, im Fachjargon Kickback genannt, so der Heimwerker-Experte. Gerät man bei laufender Säge unverhofft mit der Schwertspitze gegen den Holzstamm oder Sägebock, so schlägt es die Säge schlagartig nach oben. Wer darauf nicht vorbereitet ist, kann von der Rückseite der laufenden Säge an der Schulter, dem Hals oder am Kopf getroffen werden. Profis sieht man deshalb niemals ohne Hirn- und Gesichtsschutz arbeiten, betont Birkholz. So schreiben es die berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsbestimmungen vor, und so steht es auch in jeder Bedienungsanleitung. Für ihn gehören zur professionellen Sicherheitsausstattung darüber hinaus feste Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe und eine gepolsterte Schutzkleidung, die einen gewissen Schutz vor der laufenden Segelkette bietet. Auch gelegentliche Benutzer von Kettensägen sollten sich über ihre Sicherheit einige Gedanken machen, findet der Experte. Ein Helm mit Gesichtsschutz kostet nicht die Welt, ein paar feste Schuhe, die einen sicheren Stand ermöglichen, besitzt sicherlich jede und Arbeitshandschuhe auch. Er rät Heimwerkern, generell nicht auf einer Leiter mit der Kettensäge zu arbeiten. Außerdem sollten sie beim Zerteilen dicker Äste darauf achten, dass diese nicht unter Spannung stehen, was zum Klemmen der Säge führen kann. Helfer haben im Arbeitsbereich der Säge nichts zu suchen, weder zum Festhalten noch zum Wegräumen. Grundsätzlich sollten Heimwerker auch die Spannung der Segelkette in kurzen Abschnitten kontrollieren und nachstellen sowie regelmäßig Kettennull nachfüllen. Eine reißende Segelkette ist ein unkontrollierbares Risiko. Mit etwas Umsicht und Konzentration lassen sich Unfälle weitestgehend vermeiden. H.L.